Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft im Kreativ-Budel. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder hoch und dann machen wir jetzt einen glässernen Überdingensgang, dass wir durch die Lava durchgehen können, ohne dass wir da durch Watt warten müssen. Und... Der ganze Dreck wieder weg. Das wäre schön, aber ich mag mal, dass dort dahin keine Gefahr besteht, dass wir uns damit das ganze Projekt versauen. So, jetzt warten wir, bis das da versäckert ist. Das ist unser Lava-Haufen. Ja, ich glaube, irgendwann kommt es hier mal unten an. Mal gucken. Ich weiß nicht, wieso das jetzt hier so ruckelt. Ich habe keine 50 Fenster an. Ich spiele nur Minecraft. Manchmal fällt jetzt nicht so eine Auflösung oder braucht dermaßen viel Internet. Ja, kommt das Lava hier wieder runter. Das dauert ja. Jetzt müssen wir auch das wieder wegmachen hier. Jetzt müssen wir den Turm hier ganz im Sons gebraten. Und... Finde ich... Achso, wir stehen hier schon drauf. Und... ... 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 jetzt sagt er lang sagt er langsam ab jetzt rief jetzt kommt er herbe und in der die jetzt hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 könnte auch so sondern leute die hüpfung da sind und sagt dass das wasser ist dass die krankheit wirklich und sagts ja ich habe krebs ja hatte ich auch schon mal gehabt und oder ich habe kopfschmerzen ja habe ich auch oder weißt du das sagst dann was ja das tut voll weg ja stimmt so was oder die die sich dann was einbilden und ja oder die immer krank sind und haben immer alles und die husten dann als würden sie gleich den löffel abgeben das löffel muss man auch hier stopfen sonst auch wenn genau den reingeausgang genau da der eine auch ist ich hole eigentlich rückwärts oder fast den bloßen augen nicht zu erkennen mit dem bloßen händchen wieder wegwerfen und wird bei euch neujahr was bestimmtes gegessen oder wie verbringt silvester oder könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben oder wie habt ihr silvesterbüsch verbracht das ist ja jetzt hier schon vor aufgenommen ich weiß ich habe zwar nicht so viele user trotzdem kann ja der ein oder andere wenn er bock hat was dazu schreiben so jetzt können wir endlich zumindest ein bisschen so aber auf den ecken ja genau das das sieht aus wie laver das war mal aber ja das ist aber vor jahrtausenden erkaltet so 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 jetzt gucken wir mal wie das da anfängt runter zu laufen und hoffentlich so läuft wie ich das gerne hätte so 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 Ich glaube, das läuft dann nur dran vorbei. Ja. Wollte ich ein bisschen von dem Ton, wollte ich dann doch noch sehen. Ja. 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 jetzt so eine hohe Auflösung, dass das Programm keine 25 Minuten aufnehmen kann. Fackeln wir mal, geht es erstmal nicht, so machen wir das hier ein bisschen rustig ein, wenn das jetzt hier alles erkaltet. Schauen wir mal, ob das auch in der Laufung geht, nur so ein bisschen geht das. Mal gucken, wie das später aussieht. Gut. 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 So kann man das natürlich auch machen. Ich habe das jetzt so alles versiegt. So sieht das dann natürlich aus. Das gefällt mir. Jetzt setzen wir dahinter nochmal kurz ein. Erstmal einen Block hin. Okay. Das finde ich geil. Das finde ich echt geil. Okay. 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 So kann man dem einen besonderen Charakter geben. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss für diese Folge und bis zum nächsten Mal.